Es gibt zigtausend Bilder, ist kein Scheiß. Da war kein Haus. Jetzt ist aber, oh weh, oh weh. Doch, genau hier war Haus. Weil guck mal, ich schattiere. Ne, warte, jetzt muss ich gerade rechtfertigen. Ne, warte, jetzt bin ich mir sowas von 100%, 1000% sicher, dass du Haus war. Genau dort. Warte, haben wir sofort Discord, Screenshots, warte. Easy, kurz hier, Mist-Survival, hochscroller, groll, groll, groll. So, groll, 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 groll. So, alles voller Scum, 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 Scum. So, hier ist doch genau, ja, hier ist immer richtig, Mist-Survival. Scum, 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 Scum. So. Okay, da sind wir richtig, so, warte. Ja, da hatte ich die Wasser-Base angefangen, bla, bla, bla. Wasser-Base, da, 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 warte. So. So. So, haben wir Reft gespielt, so ist da, Scum, 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 Reft, 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 Scum, Scum, Scum. Sehr, sehr viel Scum. So, okay, so sind wir. Warte. Da war der Umzug, bla, 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 Anfang von Scum. Um Gottes Wille. Da haben wir den Turm gebaut. Bla, bla, da war, ja, PvP, bla, bla. Oh, komm, das ist doch hier, ich weiß es. Ich bin mir zu 1000% sicher, dass genau dort ein Haus gestandert. Und das ist halt jetzt nicht mehr da. Und um das Haus geht es hier. Um das, das ist genau das Männische, das Haus. So. Schwubbeldi-Bub. Miss Survival. Gerade Sekunden, ich muss das so weit selber machen. Oh, ich zeige das jetzt irgendwo, weil das ist noch ein bisschen was Schmid. Und ich denke, äh, was ist der Bubble-Scheiße? Warte. So, hier war der große Umzug. Ah, Looting-Mobil. So, hier müssten wir es sehen. Ja. Alter, wie viel ich da gepostet habe. Warte, ich kann hier nur ganz kurz, ne? Ist jetzt doof, weil... Jo, warte. Machen wir gerade mal hier schnippidi-Bub. So, diesen hier meine ich, ne? Warte. Ich gehe gerade mal durch. Überall Bilder von Scum, vor allem hier. Miss Survival. Warte. Irgendwo ist es. Irgendwo ist es gewesen. Da sieht man es nur ganz leicht am Ecke. Scum, Scum, Scum. Da haben wir TTT gespielt. Ha, hier. Look at these. Hier. So ist das, ne? Das, wo wir halt gerade geloodet haben. So ist der Wohn... Ist, ja, Wohnwaage halt. Und hier ist das Haus. Du, aber ich weiß gar nicht mehr... Ne, das war vom Spielplatz hier. Das hat er mir nicht gebaut. Das war vom Spiel. Und das Haus mehr nicht. Dieses Haus. Das ist weg. Weil hier direkt hinter dem Pick-Up ist halt dieses Auto, wo du stehst. Und direkt an der Tür ist es weg. Hast du es selber gebaut? Ne. Ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern, aber ich weiß, dass das doof Haus war. Vielleicht war das... Warte. Das könnte Sinn, das weiß ich nicht. Warte. So, ja, dieses Haus hier. Habe ich das selber gebaut? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Ich habe halt einfach das schon ewig dort gehabt und keine Ahnung. Ja, dann kann es Sinn. Da habe ich das gebaut. Dann kann das gut Sinn. Aber es ist auf jeden Fall nie mit dir. Es ist aus meiner Sicht nie mit dir. Das hier. Ich bin mir echt nicht sicher. Ich bin mir echt nicht sicher. Ja, da war Subsistence, da, da, da. War das zum selber Bauer? Jo, gut, ist mir egal. Aber das Haus ist auf jeden Fall weg. Da habe ich es halt selber gebaut. I don't know. Aber das habe ich geminnt. Das Thema. Genau das Haus habe ich halt geminnt. Ob das jetzt für ein Spiel war oder nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr. Weil das Haus war und das dann gewesen. Das müsste ja dann das hier gewesen sein, ne? Wenn es weh. Ja, das müsste das hier dann gewesen sein. Da habe ich es selber gebaut. Gut, mein Fehler. Alles gut. Mein Fehler. Aber es ist halt so. Das Haus hat so lange dort gestanden, wo ich gedacht habe, dass das gehört schon mittlerweile zum Spiel. Das hat ja ewig keine dort gestanden. Da habe ich schon geminnt, das wäre irgendwie vom Spiel schon selber, weil ich mich nicht mehr daran erinnern konnte. Egal. Weiter geht's. Ja. Habe ich schon gedacht, ich hätte recht. Ja. Ja, dratsfatz. Mag es sein, ja. Geht ja nicht um Fehler. Alles gut. Ne, aber es hat mich gerade selber irgendwie gewundert, weil ich wusste nämlich, hatte ich das gebaut oder war das vom Spiel? Ich wusste ehrlich gesagt, ich wusste wirklich nicht mehr. Ich habe gedacht, es wäre Fecht vom Spiel. Ach, Knorgi. Jetzt. Ach, wie schön. Ich fahre jetzt in die Cash. Ich gehe jetzt sündigen. Wir wollen sündigen. Den will kündigen. Oh je. Na, ich glaube, Mary hätte auch gesagt, das ist wahrscheinlich vom Original vom Spiel. Ja, weil das hier schon Ewigkeiten, über die ganze 190 Tage war das hier, durchgehend hat das dort gestanden. Keine Ahnung. Weiß nicht. Hazel, schreib was dazu. Sei einfach das Waffenspiel. Wird noch mehr getriggert. So. Ist gut jetzt. Alles gut. Kommt immer vor. Auch Fehler sind mir wichtig. Kann man immer sagen, wenn man scheiße wabbelt. Immer. Es wirkt immer. Ja, die Kirsche ist dahinter. Wird was kommen? Wollen wir gerade dosen? Ich bin zu weit gefahren. Checken wir mal kurz die Lage. Ob hier vielleicht mittlerweile was zum Loden da ist. Ja, Knorke, kann Sinn. Keine Ahnung. Es ist schon ewig her. Moinsen. Neuer Patch ist seit... Was? Was? Ja, für Mistraut. Da habe ich gerade schon gemacht. Ich habe kurz Pipipausen. Da haben wir die Patch gerade hier runtergeladen, installiert. Alles schon ready. Aber danke. Oder ist jetzt noch moins rauskommen? Weil gerade vor ein paar Sekunden heute mal hier geupdate. Ich gucke lieber sicher als halber noch mo. Gab es noch eins? Ne, dann war das das. Okay. Alles gut, haben wir schon. Oh, das sind Meshs. Genau, das ist der, ja. Ach, welcher gebrochener Bengel. Was sagst du? Weißt du schon, wo du deine Basis baust? Äh, ne, ganz ehrlich, noch nicht. Ich habe ein paar Plätze hier, wo ich denke, jo, wäre geil. Aber moin gucken. Moin gucken. Vielleicht irgendwie an der Baustelle, sondern ne, ganz, ganz außerhalb von der Map. Also wirklich ganz weit weg. Weil wenn ich jetzt was baue, dann baue ich da ordentlich wieder alles zu. Also richtig kranker Shit. Gibt es das White House noch? Das von der alten Version, so nimm ich. Aber es gibt hier auch ein weißes Haus, wo wir auch noch vorbeischnübbele. Vielleicht können wir mittlerweile rennen. Wir haben uns damals, als die Bäder rauskamen, haben wir uns in das Haus ringgepackt und haben uns ein bisschen rumgeguckt und so, ne, ein bisschen, ja, alles klar. Und das war's. Dort gehen wir auch noch gleich hin. Das ist hier in der Nähe. Aber erstmal noch kurz die Baustelle. Also hier, das sieht immer noch sehr unfertig aus. Ich angemau, vielleicht wäre mittlerweile irgendwie Loth hier oder so. Aber gut zu wissen. Ist noch nix. Quasi wie gewohnt. So, und das mit dem Gesprengen der Enkel, ne, ist gerade mal egal. Das macht gerade nix. Wir fahren eh jetzt ein bisschen Auto. Das ist, wenn man wirklich schon irgendwas gebaut hat, ne, und ist der Meinung, dass das ist schon original vom Spiel, weil man es einfach gar nicht mehr anders da kennt. Wenn man so ein Savegame hat, wo man die ganze Zeit so durchgezauert, ne, das ist Wahnsinn. Da kommt noch Alzheimer dazu. Es ist alles, es ist schwierig. Ich hab's schwer. So, doof hin war gut. Metal Scrap, alles klar. Loot ist nach wie vor niceness. Hat sich hier irgendwas geändert? Nö, mal gucken. Keine Ahnung, dass du vielleicht mittlerweile Sika rumrennt. Ne. Allerdings, schon hier wieder im Gang wäre das sehr schwierig, glaube ich. Der kommt auch gar nicht durch. So, ein bisschen was können wir mitnehmen, ne. So, ein kleines bisschen ab und zu. So, ein kleines bisschen was. War richtig die Looting-Tour, wie die ganzen Components und so zum Bau und so. Das, ja, machen wir dann, wenn es so weit ist. So, du bist noch ein bisschen mehr herkommen. Allerdings sind die Autos, die mal alle zerstören können. Du krimierst schon so viel Stuff raus. Nur halte ich das noch ein bisschen im Auge wegen Respawn. Ob die Autos, die man halt zerstören kann, dass die auch wieder respawnen. Da bin ich mal gespannt. Ich hoff's. Weil andersrum ist halt sehr, sehr kacke. Ist ja dann nur so einmaliges Ding und dann, ja, meh. Geil wäre es, wenn random auf der Welt einfach so ab und zu halt Autos irgendwo spawnen würde. So im Nirgendwo. Irgendwo im Wald. I don't know. Oh, moin. Das ist neu. Okay. So, oder? Ja, hier irgendwas bauen, wäre schon geil. Ja. Aber ich gehe mal weitergucken. Wir können auch gleich mal an die Höhle gehen, wo ich erkläre will, oder vorhin erklärt hat, dass ich dort vielleicht mein Häuschen irgendwie baue. So, die Höhle irgendwie Kernung ausbaue. Irgendwie sowas. Mal gucken. Wenn's geht. Müsst man halt probieren. Oh, ein Texturfehler. Ja. Der war vorher auch nicht da. Aber es macht nix. Äh, was? Was? Na, dann halt so, komm. Metal Scrap nicht zu viel. Die finden wir zu oft und zu... What the fuck now? Ah ja. Das ist auch neu. Normal sind wir hier immer einfach random drauf, auch mit gesprengeltem Engel. Sind wir dort River kommen? Kann man hier mittlerweile was... Nein, geht auch nicht. Ja, hier geht's wieder. Okay. Vielleicht wegen Gewicht, ne? Warum muss ich mal muck grad hier... Scheiß auf das hier. Scheiß auf das hier. Äh, bo, 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 bo. Scheiß auf deine Rehe. Fuck it. So. Okay, das Leid am Gewicht, ne? Was? Liebe Entwickler, wir beantragen hiermit einen eigenen Multiplayer-Server für Mist-Survival. Du, wenn der das irgendwie... Wenn du irgendeine Aktion kommst mit Teste oder so... Ich bin du eiskalt dabei. Also hoffe ich mal. Ich weiß nicht, ob er es jetzt nur für sich macht oder ob er du erst mal kurz ein paar Leid irgendwie... Ich weiß es nicht. Ist ja manchmal so ein Ding mit deinem Multiplayer-Gedöns. Aber grad bei Coop, im Host und so... Bin ich gespannt. Wenn du was kommen sollst, ich schalte das mal auf. Weil dann geht's ab. Dann jedet ab. Kann einer Lude gehen oder mehrere gehen Lude, die andere machen Bandide, du werd dann Holz gehacken, du werd gebaut und ein Riesedorf irgendwie baue und jeder hat seine Hütte und ach du Scheiße. Halt einfach Mist. Einfach... Es ist einfach Mist. Alles Mist. So, gut. Gehen wir kurz an die Körsche hier, ne? Körsche. 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 So, da vorne ist sie. Gucken wir uns das mal an hier, ne? Ich bleib lieber mal auf Distanz hier, ne? Und speiche ich hier nochmal kurz ab. So. Also jetzt haben wir schon die Nächter gesehen, wir haben die Sieger gesehen, wir haben das Cowboy Town, dieses Western Town und so gesehen. Ja. Stück für Stück. So, da werden wir ja locker Flocko fertig. Und wir haben den Doggo schon befreit, aber der ist wieder buggy und ist wieder weg. Der hat sich automatisch wieder einfach aufgelöst. Die Sau. Moin. Obwohl, die Munition kann ich mitnehmen, aber die kippt, bloß ich leihe. So. Dann muss ich gleich was trinke und was phrasen. Ich mach das mal lieber hier schnell. So. Gude. 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 Dann holen wir uns jetzt nämlich die Gude, die Compound-Burge, ne? Dann holen wir uns jetzt. Entweder über Schleichwege oder wir machen sie platt. Ich prob... Ich probiere es erst mal durchs Fenster, ob das noch geht. Vielleicht wird das ja auch gefixt. Okay. 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 So. Pssst, 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 pssst. Nice. Es geht noch einwandfrei. Moische. Jetzt tue ich sie doch alle rette, wischche. Ah. Na komm. Halb mal still. Wie ein Thumbnail. Wie ein Schade. Mach mal Granat. Mach mal die Waffe aus der Hand. So. Muss alles aus dem Bild. So. Mach mal so. Und dann klopp. Die haben ich auch schon im Kopf. Komm mal her. Ich muss gucken, wie sie sich verhalten, wenn ich denn jetzt Waffe gebe oder so. Wenn es geht. Warte. Äh. Gun Train, Sniper. Ja, ich nirg, ich nirg, ich nirg, ich nirg, alles klar. Yes. Achso. Und die kann ich... Ah. Ich halbe mit. Die muss ich alles rumtragen. Okay. Nee. Die ist automatisch dann dort. Alles klar. Also geht das nur bei dieser einen, äh, Frau. Okay. So. Mäuse, Mäuse, Mäuse. Noch eine Angel brauchen wir eigentlich so nicht. Niceness. Äh, wir haben unsere. Sag mal, ja. 66. Ach, wisch was. Komm. Den können wir dann irgendwann auseinandernehmen. Nice. Da ist sie. Eine neue Waffe. Bitte. Danke. Und, ähm, ist Visier haben wir auch dafür. Die Schränke mit, nimmer? Oder noch nix? Ähm. Ja, die Rucksäcke holen wir Arschstieg für Stieg. Oh, moin. Weihnachtsbaum. Ich hab dir einen langen Brief geschrieben. Weihnachtsmann. So, jetzt haben wir hier das Ding. Nice. Sieht aus wie die Alt, ne? Wo vorher drin war. So, ich geh über den gleichen Weg wieder raus. Pfeil und so ist egal. Ich hab einen Compound-Burger. Dortmund bin ich zufrieden. Jetzt nur Obacht machen, na. Hier, warte. Ah, ah, ah. Du siehst mich nicht. Alles gut. Warte. So, und go. Weihnachtsmann. Wir kommen hier auf jeden Fall nochmal zurück. Aber erst, ne, wenn wir halt unsere Ausrüstung haben und Munition und dies, das. Wir gehen jetzt noch kurz ans weiße Haus. Und an diese Höhle, wenn ich's so finde. Und dann gucken wir uns das mal an. Wie kann ich dort was bauen? Wenn das gehe sollte, dann baue ich mal in der Höhle einfach was Geiles, richtig Großes auf. Oder, ich hab mir schon überlebt. Also das war meine Überlegung hier am Wasserwitter. Hier irgendwo, ne? Weil das ist wie so kleine Insel. Und das ist nur eine Brücke, wo drauf führt. Und das wäre halt nice. Ich würde die komplett umbauen. Also wirklich komplett umrande und brr. Das müssen wir gucken. Aber wenn ich in Basebau dann irgendwas übertriebenes Geiles. Let's go. Sicher, sicher? Na, da hinten ist das blaue Haus. Wir müssen geradeaus eben weiter. Let's go. Ach, du Scheiße. Oh, dankeschön. Oh, du minst aber heute einer gut mit mir. Was ist da los? Äh. Oh, meine Tastatur. Ja. Hat er das jetzt gesehen? Das war so abrupt. Das ist meine Tastatur. Ich kasse mal neu. Shut the fuck up. Nichts. Wir müssen Geld sparen. Auto ist eine Werkstatt. Viel Geld. Deine Monat drauf gegangen. Wirklich sehr viel Geld. Holy shit. So. Das können wir mitnehmen. Warum nicht? Ja, ja, die Tastatur. Du kannst nur nicht fahren. Ich muss irgendwann. Ne, ich muss gar nichts. Jo, du hast recht. Und ich mehr Ruhe. Ne, es ist wirklich die Tastatur. Das ist so kacke manchmal. Die A und D-Taste. Sollen wir noch S.J.O.W.? Ich lasse das einfach Self-Healing, ne? Ich lasse das durchlaufen. Das ist noch ein Ex-Tolder. So. Ba, 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 ba. Atme es, Moinsen. Was? Wo ist denn das blaue Haus auf der Karte? Hm. Ich sah nicht, wo es genau ist. Ich will nicht so direkt spoilern. Vielleicht willst du irgendeiner im Stream halt noch, ne? Irgendwie selber für sich rausfinden. Aber ich sage, Mo. Irgendwo hier. Irgendwo hier. Wenn du jetzt gesehen hast, von welcher, ne? Von welcher Straßen mir und welche mir da überqueren, dann, ja. Irgendwo, 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 ne? So. Vielleicht. Ja. Das Haus, ja gut, ist immer noch leer, ne? Ja. Das war eine Überlegung. Einfach so Haus übernehmen. Aber die Kacke ist, dann kommt irgendwann ein Update. Und, ja. Dann ist hier alles voll mit Möbeln und dein Bass ist halt, bräh. Dankeschön, bitteschön. Hab ich? Nice. Okay, dann ist hier, ne? Hier ist die Straße, ne? Also, bzzz. Nein? Zwinga, zwinga. So. Gut. Jetzt kommt zwei so Häuschen. Oh, stopp, warte. Zwei Slots extra. So. Äh, nochmal kurz. So, da. Schnubbidi-Bopp. Ja. Da, da, da. Das andere, das war da. Wo waren das? War das dann? Dieses andere Camp. Das war ja auch irgendwo, das muss, glaube ich, ich glaube, hier in der Richtung sind. Okay, ich war jetzt nicht hin. Ich will mal das weiße Haus eben nur angucken. So. Wait a minute. Warte mal. Aha. Aha. Mhm. Ja, da kommt noch was hin. Geil. Das ist nice. Ich gucke generell gerade mal hier überall, Weil das, das wird alles noch zugeworert mit Häuser oder so. Safe. Sehr, sehr nice. Gut. Aber das kommt erst mit. Ah, neue Updates. Aua. Ah, dieser Stuhl petzt mir die Arschbange zusammen. So. Ich bin irgendwie der Meinung, hier war doch... War hier nicht irgendwo... Ah, noch... War doch nicht der Rucksack? Nicht nur denn in einem, in einem, in einem Blumsklo, sondern... War doch nicht irgendwas? Das ist schon länger her, wo man da war, das letzte Mal. Ich bin der Meinung, hier war was. Oder es ist weggemacht, war. Das weiß ich noch. Irgendjemand hat im Chat, das war... Das ist schon länger her, wie gesagt. Hat irgendjemand gesagt, guck dich mal genauer oben hier und dann war hier irgendwo Rucksack oder irgendwas war, was sehr gut ist. Ich glaube, das war sogar Knorki, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Egal. Wir fahren jetzt echt mal weiter. Wie gesagt, die Map gehen mir so oft ab. Jetzt ist erst mal Lugi-Lugi-Time. Ach, das war hier. Warte. Das war hier. Ja, da ist es doch. Aha. Look at this. Unschuldig. Plopp. Das habe ich gemänt. Ah, mehr Slots. Was? Alter, aber eigentlich kurz gedacht, ich wäre in Discord und irgendjemand würde anfangen zu reden. Dieser... Fuck. 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 Du kleine Sticks... Du... Oh, Fleischball. Ist er jetzt weggerannt? Besser ist es. So, jetzt lass mich noch mal genauer gucken. Alles voller Willwir. Da, da, da. Was war das hier? Da waren wir jetzt gerade gewähnen. War das das hier? Ja. Kirsche. Da, da, da. Ich... Ja, nur kurz... Och, hopp jetzt langsam mal. Ah! Ich fahre da nochmal außerum. Ah! Sollen wir das Camp auch noch kurz angucken? Ah, gleich, gleich. Warte. Wir werden mal Richtung Höhle gehen. Ich will gucken, ob man das gescheit bauen kann. Ich bin der Meinung, das weiße Haus war hier. Deswegen wundert mich das gerade. Wo ist das Haus hin? Weil normalerweise ist man hier so lang, dann ist hier so blubblubblub und hier war das Haus. Oh, da irre ich mich doch gerade. Warte, lass schon mal gucken. Da, da, da. So endet die Straße. Das ist das da. Ne, das ist dann das hier, glaube ich, ne? Ne, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Warte. 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 Warte, 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 warte. Oder sie haben es wirklich weggemacht, weil das Fundament steht hier noch. Ja, also es gibt das weiße Haus damals von der alten Version. Die Villa, wo jeder immer gesagt hat, das ist Villa. Ähm. Das habe ich dann auch irgendwann als Base benutzt gehabt. Ich glaube, fast jeder irgendwie, weil es einfach der geilste Platz war. Das war alles in der Nähe, ne? Bandide. Du hattest über alles in der Nähe. Du hattest genug Holz. Du hattest über Wasser. Du hattest Zombies in der Nähe, im Häuschen und so. Das war halt schon ein schönes Blitz. Ja, war das jetzt in der neuen Map? So kannte ich jetzt nur das eh eine weiße Haus. Oh, das ist jetzt woanders. Das kann auch gut sein, ja. Wenn man das sieht, auf der Karte wird es zwar so angezeigt. Das war doch... Ja, hier ist man so hochgefahren, dann kam das weiße Haus. Ich gehe trotzdem nur... Ich fahre nochmal ein bisschen drumherum. Das kann doch nicht Sinn, dass das weg ist. Frage ist, wo ist jetzt der beste Spot? Ganz ehrlich? Also, wahrscheinlich schlaft es auch dort drauf hinaus. Ich finde, als bester Spot in der ruhigen Zone, wo du halt Bandide hast, du hast ein Looting Place, also, wo du gut looten kannst, eine Looting Area, du hast auch schöne, bequeme Ausweichmöglichkeiten. Der beste Platz, wo ich mein Basin baue, wird wahrscheinlich das hier sind. Das hier. Weil du ist Wasser drumherum, du kannst dich keiner erreichen, du ist nur klein in die Brücke und hier ist auch noch so ganz klein in die Insel und hier drauf. Da gehen wir, ja, gehen wir auch noch hin. Ich glaube, dort wäre ich mein, ja, mein Base baue. Wieder so riesen Ding mit Wasser, alles drumherum und dran und Brücke und alles mögliche baue. Dort wäre ich mein Basin baue. Hat nicht mal vorne überlegt. War, finde ich ein schönes Plätz hier. Ja, da hinten sind die Bandidos, ne? Ne, das Haus, das weiße Haus, das war, ich bin der Meinung, es war hier, ich kann mich aber auch täuschen. Ja, Bandide-Tour und so hebe ich mal auf für andere Folge, wie gesagt, das muss ich jetzt nicht alles auf Emo richtig durchziehen. Klar, wir wollen viel gucken und probieren und machen und auch mit dem Visier und so, das sind so Dinge, die mich interessieren. Aber ich glaube, jetzt gehe ich mal langsam ans Base bauern. So ganz langsam, einfach mal gucken.